Jo Freunde, neuer Auftrag in Fortnite Season 4 und zwar folgender, das ist nämlich hier dieses Paradies-Event, also Paradies-Aufträge. Ein Auftrag ist hier folgender, zerstöre Chrom-Objekte und sammle dann Chromanomalien ein. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze hier funktioniert, wo ihr am besten hinfliegt. Wenn euch das Video hilft, gefällt, gerne. Creator-Code Alplitobi eintragen, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir starten direkt. Ich kann euch empfehlen, landet hier in der Nähe von Heralds Sanctum. Ich markiere es gleich direkt vor euch, ich lande kurz hier, gucke ob ein Gegner da ist. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt lande ich einfach hier hinten einfach mal kurz und zwar auf der Map, hier ist Heralds Sanctum, ihr wisst Bescheid. Und ihr müsst irgendwo landen, wo ihr Gebäude habt, die aus Chrom sind, die ihr aber zerstören könnt. Also hier zum Beispiel in der Mitte könnt ihr ja so gut wie gar nichts zerstören, außer Bäume, bringt aber nicht viel. Deswegen landet im besten Fall einfach in diesem Bereich hier oder zum Beispiel hier links, hier ist nämlich eine Hütte, dort kann man auch gut landen. Ich lande einfach hier rechts, hier ist relativ viel. So, an diesem Ort hier. Was ihr jetzt macht, ihr kloppt einfach hier auf Gebäude rum, also müsst ihr auch treffen. Okay, das funktioniert jetzt nicht. Einfach so ein normales Gebäude. So, hier drauf, wo ihr auch hier so einen Schattensprung machen könnt, einfach drauf zerstören, wie sonst auch. Und dann seht ihr, floppen da so ein bisschen diese Chromanomalien raus. Sieht dann einfach so aus. Und die könnt ihr dann aufsammeln. Und dann seht ihr schon, zerstöre Chromobjekte und sammle dann Chromanomalien ein. Ähm, das Ganze funktioniert nur bei großen Sachen wohl. Die kleinen bringen nämlich den Chromschleim, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und, ähm, ja, Truhen, weiß ich nicht, ob das funktioniert, probiere ich jetzt nicht. Hüfte man in der Regel, ganz trotzdem einmal kurz probieren, ob es vielleicht doch funktioniert bei Truhen. Ja, Truhen funktioniert auch. Also, perfekt, also, äh, Chrom, Truhen funktioniert auch. Chromanomalie aufsammeln hier. Und ansonsten, ähm, ich gucke nochmal kurz durch, was hier noch funktioniert. Ne, das kleinere gibt immer diesen Schleim. Und die größeren Sachen oder Truhen geben dann diese Chromanomalien. Also, einfach zerstören hier. Und dann habe ich noch einen. Und dann floppt hier gleich noch einer raus. So, einmal kurz zerstören. Zack, noch einer. Aufsammeln, dann habe ich schon drei. Den aufsammeln, dann habe ich schon vier. Und, hier kommt, glaube ich, genau, da kommt Schleim raus. Und dann den noch machen, dann habe ich direkt fünf. Und dann wäre auch die Aufgabe schon abgeschlossen. So, einmal kurz den noch einsammeln. Und dann habe ich direkt fünf von fünf. 32.000 XP wieder obendrauf. Und Aufgabe abgeschlossen. Mehr braucht ihr hier gar nicht machen. Und ja, das zum Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.